und damit herzlich willkommen zurück zu agatha christie's hercule poirot die ersten fälle ja lang lang ist es her hat sich viel getan privat und deswegen hatte ich eine längere pause tatsächlich und bin deswegen auch nicht mehr so ganz drin das ist was ganz was neues ich muss gerade mal kurz gucken wie konnte ich mir denn hier die hotspots anzeigen lassen und ich kann raus um wusste ich das schon okay hier oben blinken die dinge ich glaube da können wir direkt was machen es ging jetzt hier darum genau rauszufinden wer es ist ein mord passiert wenn ich mich richtig erinnere und der major wurde umgebracht der hatte sich vorher mit ihm hier glaube ich gefetzt und keiner mochte ihn wirklich was natürlich immer super wenn man ein kriminalspiel spielt und da keine ahnung mehr hat wer die leute sind aber hey gut wir müssen hier haben hier eine schlussfolgerung die wir ziehen können das probiere ich doch gleich mal jackie hat sich mit dem major gestritten genau das hatten irgendwie alle alibis aber eins davon oder ja irgendwas davon passt halt nicht gut und schauen wir mal kurz möglicherweise hat das damit zu tun ich darf mich keinem impuls hin geben okay ich habe gedacht sie haben sich gestritten und hier mario hat etwas zu verbergen hatte ich hier noch mehr wo ich auch noch was schlussfolgern kann nein also mit den beiden hier den beiden eigentlich fertig hier habe ich nichts mit der null da oben und hier habe ich tatsächlich eine schlussfolgerung okay es gab eine drohung und ich hatte doch irgendwas mit einem brief wenn ich wüsste welche frage ich gerade beantworten muss dann wird mir das nicht leichter fallen hegt ein roll das wird mich nicht mehr ich versuche zwei zwei miteinander zu verknüpfen falls das nicht ganz eindeutig war ja was ist denn da spiel sagt mir jetzt jackie scheint die belastete information über den major haben zu wollen hugo jackie zum zuhören bewegen wollte okay gut dann was für eine enthüllung ja sehe ich auch so hätte ich auch gesagt zuerst habe ich daran gezweifelt dass jackie an dem mord beteiligt sein könnte doch nun beginnt ihre unschuld im zwang zu geraten ein weiterer erfolg ich habe nie an mir gezweifelt okay jetzt habe ich ein motiv für jeden der gäste wen sollte ich am ehesten verdächtigen jetzt ist okay schwierig also sie hat sich mit ihm gestritten die hatten wohl tiefer sitzende probleme warum hat er ihn denn er hatte eine vergangenheit mit dem major wollte aber darüber nichts sagen er hat eine hitzige natur und hat ein druckmittel der hat ihn ich weiß nicht ob er ihn direkt erpresst hat das muss ich noch mal nachlesen in irgendeiner form aber jackie will informationen das war die reporterin richtig ich glaube ja mit informationen ok also wen sollte ich am ehesten verdächtigen es ist natürlich es kann eigentlich jeder gewesen sein de facto kann es jeder gewesen sein und es ist ja erstmal nur ein verdacht und da liegt schon nahe dass entweder er hier rausgefunden hat dass er der familie geschadet hat weil er hat sich ja wenn ich das noch richtig weiß in dem haus ein bisschen eingenistet und so alles ein bisschen übernommen und ich glaube oder hatte ich mir das nur so interpretiert dass er hier auch irgendwie sich an sie ran machen wollte wenn ich das noch bin mir nicht mehr sicher deswegen hätte gideon als ihr verlobter eigentliches beste motiv ordnung und mit diese kombination ist der ein ok dann hat sie es vielleicht rausgefunden ach so wenn muss ich ihn muss ich ihn hier verbinden ich kann ihn gar nicht verbinden was muss ich denn jetzt verbinden ich bin mir gerade auch nicht sicher ob ich die das gameplay gerade richtig verstehe schwierig dann nehmen wir halt hier noch ich muss eine andere herangehensweise ach so ok ja gut dankespiel das habe ich ja vorher gesagt dass alle alibis bestätigt sind aber irgendwer lügen muss meine eigene kombinationsgabe sollte mich nicht so sehr überraschen das spiel mich doch aber ganz ganz frech fragt wen sollte ich verdächtigen ja das ist ja ok dann ist die antwort niemanden gut ich weiß nicht wer mich vertrauen kann und dessen geschichte ich glauben schenken soll sind die gäste unschuldig ernsthaft jetzt muss ich das ganze spiel nochmal machen ich weiß nicht wer vertrauen kann sind die gäste unschuldig es gibt es doch also spiel ernsthaft jetzt die frage ist sind die gäste unschuldig aber darauf kann ich hier mit verbindung keine antwort herstellen autonom und methode ich vermute sie wollen jetzt irgendwie mit der mit der drohung was ist ja schuld hat angegeben dass sie sich näher stehen als es vielleicht den ersten blick anschaut hat was inwiefern beantwortet dass die frage ob sie unschuldig sind einige mögen es glück nennen doch ich nenne es einen geist ich zweifle jetzt langsam daran inwieweit ich ihren geschichten trauen kann unter umständen könnte sie sich lediglich gegenseitig decken oh war das so ein allewarns es ist schlichtweg unmöglich dass einer der gäste die zeit dazu gehabt hätte den major zu töten und danach zur feier zurückzukehren es sei denn dass genau in dieser denkweise mein fehler liegt vielleicht ist es nicht nur einschuldiger sondern es sind mehrere wahrscheinlich sind es am ende alle okay das war ja eine absolute glanzleistung meiner kognitiven fähigkeiten warum ist mir nicht in den sinn gekommen dass der mord am major teil eines tricks gewesen ist und dass er von mehr als nur einem der gäste ausgeführt worden sein könnte es war beinahe schon eine offenbarung die sich mir eröffnete nachdem mademoiselle die geteilte vergangenheit der gäste erwähnt hatte vielleicht wird die mademoiselle zu einer treuen verbündeten werden die bei der verhaftung der schuldigen parteien von essentieller bedeutung sein wird die befragung von heute war lediglich der anfang ich werde meinen verdächtigen erlauben ihre geschichte noch einmal zu überschlafen und werde dann sehen wie sie sich morgen schlagen vielleicht wird einer der mittäter doch noch über genug anstand verfügen um einen funken von bedauern zu zeigen da die täter vielleicht zusammenarbeiten kann ich mir nicht mehr sicher sein wer von ihnen die wahrheit gesagt hat und wer versucht hat mich auf ihr wege zu führen vielleicht sollte ich die angelegenheit selbst erst einmal lieber schlafen eine gute nachtruhe wird sicherlich zu einer morgendämmerung voller neuer gedanken führen und es gibt wohl kaum einen besseren ort für eine geruhsame nacht als ein haus das von einer friedvollen weißen decke aus schnee eingehüllt wurde unter dem gerade jemand umgebracht wurde aber hey allerdings scheinen nicht alle den gleichen gedanken gehabt zu haben da geht einer nacht spazieren kann ich ja was anklicken gut ja okay kapitel 5 das geheimnis da war ich ganz kurz vor dem kapitel wechsel und habe es gar nicht gewusst ein rastloser schlaf und das abbild dieses unheim dieser unheimlichen gestalt draußen im schnee haben die arbeit für meine kleinen grauen zellen nur schwerer gemacht ich hätte nicht annehmen sollen dass dieser fall leicht werden würde mindestens einer der gäste hat mich belogen ihre alibis haben sich gegenseitig bestätigt aber ich weiß dass das unmöglich ist er hier hat ja auch diese typische butler pose hat man gerade gesehen eine hand auf dem rücken hatte der schatten nicht auch gerade eine oder beide hände auf dem rücken ok wie der major in die erpressung involviert ist vermag ich noch nicht zu sagen sobald ich bestätigt habe ob er der autor oder der empfänger des briefes war kann ich den nächsten schritt in meiner untersuchung einleiten untersuche in weit wie fern der major mit der erpressung in verbindung stand ok das ist unsere neue aufgabe dann reden wir doch mal mit dem guten archie guten morgen detektor haben sie gut geschlafen das muss ich leider verneinen obwohl ich mir zumindest einen kurzen moment erholsamer ruhe gewünscht hatte blieb er mir unglücklicherweise verwehrt ich werde mich erst dann ausruhen können wenn ich den mörder des majors aufgespürt habe wie kann ich ihnen dabei weiterhelfen detektiv während der letzten nacht während ich letzte nacht den schnee beobachtet habe hätte ich schwören können dass ich eine gestalt im garten gesehen habe in diesem schnee gestöber wenn jemand tatsächlich dort draußen gewesen wäre dann hätten wir jetzt sicherlich einen weiteren todesfall zu beklagen wenn da jemand in dem schnee war und der ist danach ins haus zurückgekommen dann hätte es doch in irgendeinem eingang dreckige tapsen oder wasserflecken geben müssen weil ich meine ich kann mich erinnern wenn ich im winter reingekommen bin auch wenn ich nur auf der straße unterwegs war und da nur minimal schnee lag dann hast du am ende diese wasserflecken salzflecken gut ich weiß nicht ob hier mit salz gestreut wurde wahrscheinlich eher nicht aber das sieht man und das müsste man doch gesehen haben das müsste der butler doch weggeputzt haben heute morgen oder ich weiß dass es sich seltsam anhört wenn ich es nicht mit eigenen augen gesehen hätte dann würde ich es wohl auch nicht wahrhaben wollen das personal hat schon oft darüber getuschelt dass sie in der dunkelheit jemanden gesehen hätten aber am ende waren es doch immer nur schatten wahrscheinlich haben sie es sich nur eingebildet oh es gibt noch eine mysteriöse person die uns gar nicht bekannt ist wahrscheinlich der 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 zwillingsbruder der entstellte der im keller wohnt oder so okay ich habe mademoiselle elizabeth gestern nacht gar nicht zu gesicht bekommen ich fürchte unserer lissi geht es nicht besonders gut die ereignisse von gestern waren einfach zu viel für sie wir werden diesen morgen wohl leider ohne sie auskommen müssen wie wordsworth einst sagte raste und sei dankbar vielleicht wird ihr etwas ruhe und entspannung im nu wieder auf die beine helfen okay ich würde schnellstmöglich mit madame van den bosch sprechen wollen sie nimmt im augenblick alleine im speisezimmer ihr frühstück zu sich sieht sie das so vor doch wenn sie jetzt mit ihr sprechen möchten könnte ich äh nee lass mal es ist wirklich wichtig dass ich mich mit ihr unterhalte aber vielleicht sollte sie zumindest ihre mahlzeit beenden lassen ich möchte ihre stimmung nicht bereits dämpfen bevor ich überhaupt meine erste frage gestellt habe in der zwischenzeit könnte ich mich vielleicht im garten umsehen und herausfinden ob die gestalt von letzter nacht spuren hinterlassen hat okay und könnte ich vielleicht mal telefonieren das würde ich nur zu gerne aber ich fürchte dass die telefonleitungen seit heute morgen nicht zu funktionieren scheinen der unaufhörlich fallende schnee muss sie über nacht wohl beschädigt haben selbst wenn wir das telefon verwenden könnten bin ich mir nicht sicher ob es überhaupt jemand zu uns schaffen könnte wie passend ähm gab es da nicht auch ein äh wie hieß denn das im mousetrap da sind auch mehrere leute auf einer hütte eingeschneit und es passiert ein mord moment ist das die gleiche geschichte ich kann mich erinnern wir haben das in der schule in der theater ag haben wir das nämlich aufgeführt und es gab auf jeden fall eine junge mademoiselle aber gut das ist in den ganzen geschichten natürlich in der zu der zeit waren es die die stereotypischen charaktere an den butler kann ich mich nicht erinnern aber ich weiß es gab einen major weil ich den spielen musste weil wir keine männer in der gruppe hatten das weiß ich noch aber wurde ich wurde nicht umgebracht glaube ich muss ich mal recherchieren also wenn ich hier gespielt habe natürlich ob das auf dem buch basiert oder ob das halt zufällig das gleiche setting ist kann natürlich auch sein dann werde ich den fall wohl auf eigene faust lösen müssen ich werde es sie wissen lassen falls sich irgendetwas ändert aber bis der schnee geschmolzen ist um genug platz für die kutschen zu schaffen werden wir wohl eingeschneit bleiben obwohl ich die lokalen behörden weder anrufen noch zu fuß um hilfe bitten kann bedeutet das jedoch auch dass keiner der gäste das haus verlassen kann ich habe zeit bis der schnee geschmolzen ist um nicht nur den erpresser von mademoiselle angelin sondern auch den mörder des majors aufzuspüren die leiche des majors legt sie einfach in den garten dann vergammelt sie schon mal nicht bitte ich habe mich bereits darum gekümmert nachdem master dem ihr und sein bruder ihren rausch ausgeschlafen hatten halfen sie mir den leichenheim in den keller zu schaffen für den moment ist er da wohl am besten aufgehoben du meinst bei dem entstellten bruder der mademoiselle der im keller eingesperrt ist traviere ich nehme an dass dort unter niemand etwas verloren hat außer der stellte bruder der schwester der im keller eingesperrt ist in der tat außer mir natürlich sobald der schnee geräumt wurde können wir die leiche aus dem haus befördern okay gut ihre unterstützung war wie immer von unschätzbarem wert ja 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 natürlich wie immer okay ähm was war die hotspot anzeige ah leertaste und soll nur einmal drücken nicht gedrückt halten okay ich würde mal meine runde machen und einfach mit allen reden das ist zwar immer super spannend das weiß ich aber ist immerhin zumindest ein bisschen spannender als wenn ich überhaupt keine ahnung habe und einfach nur dinge anklicke damit mir das spiel sagt was die richtige lösung ist bonjour mademoiselle das zimmer war sehr komfortabel merci leider war mein verstand in keinem guten zustand um das volle potenzial seiner annehmlichkeiten genießen zu können ich kann mir vorstellen dass wahrscheinlich niemand hier eine erholsame nacht hinter sich gebracht hat offentlich lastet die schuld heute morgen besonders stark auf den schultern des täters vielleicht sogar auf den schultern mehrerer person es tut mir leid wenn ich ihnen gestern nacht keine große hilfe oder es waren alle und sie ist die einzige die nicht involviert war ganz im gegenteil mademoiselle ihre erkenntnisse über die gäste haben mir bei meiner untersuchung bereits sehr weiter geholfen doch leider gibt es immer noch viele fragen die nach einer antwort verlangen was haben sie von der position gehalten die der major in ihrem haus inne hatte seine position sie meinen die tatsache dass er hier gewohnt hat ich glaube da hat er ein bisschen mehr rein interpretiert aber ja selbst in einem haus dieser größe müssen sie beide sich doch sicherlich des öfteren über den weg gelaufen sein ich habe seine anwesenheit hier stets genossen wenn ich mit gedin unterwegs war war es immer sehr beruhigend zu wissen dass maman nicht alleine war leider hat seine arbeit mit mr da silva in letzter zeit immer öfter vom haus ferngehalten was können sie mir über ihre beziehung erzählen ob beruflich oder privat da gibt es nicht viel zu berichten sie haben nicht sonderlich viel füreinander übrig wissen sie warum es bei ihren geschäften genau gegangen ist er hat geschäftliche angelegenheiten stets für sich behalten ich weiß lediglich dass er mr da silva bei sicherheitsfragen geholfen hat ich habe einen check gefunden den messer da silva an den mädchen ausgestellt hat und auf dem sicherheitsberatung erwähnt wird aha richtig sicherheit dank seines armeetrainings konnte er mr da silva dabei helfen sich auf mögliche probleme vorzubereiten die während des streiks auftreten könnten okay obwohl der tod des mädels ohne frage vorrang hat gab es auch eine entwicklung im erpressungsfall eine entwicklung detective ich wusste doch dass ich mich auf sie verlassen kann es könnte sich um eine weniger erfreuliche neuigkeit handeln ich bin auf einen weiteren brief gestoßen adressiert an mich ich weiß nicht wie viel mehr ich davon auch ertragen kann pardon mademoiselle obwohl er auf sehr ähnliche weise verfasst und mit sehr ähnlichen phrasen gespickt war war dieser brief nicht für ihre augen bestimmt sondern für die des majors zumindest erscheint es im augenblick so es tut mir leid detective ich bin mir nicht sicher ob ich sie verstanden habe ist er nun an ihnen adressiert gewesen oder nicht ich habe ihn gestern während meiner ersten durchsuchung des studierzimmers des majors finden können ob der major der verfasser des briefes war oder ob er ihn lediglich erhalten hat muss ich erst noch herausfinden könnte der major hinter der erpressung gesteckt haben um himmels willen nein so etwas hätte er niemals getan nicht einmal ein kurzer moment des zögerns warum sollte er so etwas tun und dann ein brief an sich selbst schicken das ergibt doch oder guckt mal ich kann es nicht gewesen sein ich bin doch auch ein opfer ja ne er gibt überhaupt keinen sinn das ist okay mir geht in die ecke sie sind für mich wie ein regenschirm der mich vor einem plötzlichen wolkenbruch bewahrt meine war sie ist tatsächlich ganz allein und alle decken sie nur weil sie alle mögen exakt immer okay also das ist ja mal warum sollte er denn einen brief an sich selber schicken wenn er denn der der täter war es ergibt ja gar keinen sinn also so naiv kann doch echt keiner sein okay da können wir nicht rein das telefon kann ich nicht benutzen speisezimmer soll ich ja nicht ne ich mache es trotzdem also obwohl ich dringend mit mir dann von den bosch sprechen muss sollte ich doch auch die mögliche auch die gelegenheit nutzen mich in der küche mit dem busser der hühner zu unterhalten geht jetzt automatisch wieder oder okay das spiel hat mir jetzt zum zweiten mal gesagt ich soll sie nicht beim essen stören dann mache ich das tatsächlich auch mal und ich rede erstmal noch mit gedeon da steht hier draußen rum woher kenne ich die stimme das habe ich schon die ganze zeit überlegt und ich weiß es immer noch nicht nachdem ich gestern den tatort untersucht hatte hatte ich mich für sterling darum gebeten die leiche abzutransportieren archibald hat mich aufgesucht und mich bei dieser angelegenheit um meine hilfe gebeten mein bruder und ich haben uns dann darum gekümmert merci für ihre hilfe es ist ein dienst den normalerweise nur fachkräfte auf sich nehmen sollten es war etwas das erledigt werden musste leider hat es meinen bruder wohl schwerer mitgenommen als mich in die fern als er die leiche zu gesicht bekommen hat ist er totenblass geworden wir hatten den keller kaum erreicht da zog sich sogar ja auch schon in sein zimmer zurück und ging zu bett ohne uns eine gute nacht zu wünschen war da nicht irgendwas das hatte ich nicht schon vermutet dass der in irgendein trauma hatte ich da war doch im krieg der der kleine bruder oder hatte ich da nicht schon vermutet dass sein trauma hat also wenn ich es noch nicht vermutet habe hatte dann tue ich es jetzt war ein alkoholproblem und die reaktion auf eine leiche ist schon gut es können auch ganz ich meine niemand sieht gerne leiche aber in kombination und check of scan prinzip also wenn was erwähnt wird dann ist es auch relevant für die geschichte behalte ich mal im hinterkopf felix und madame wandelbosch ich habe gar nicht vorgelesen das ging um das studierzimmer ich habe einmal gehört wie felix ihn darum gebeten hat etwas für ihn im tresor zu verstauen genau das habe ich vergessen tschuldigung das ging um das studierzimmer um den schlüssel zum studierzimmer genau genommen ich sollte diese tatsache bei monsieur sterling nachfragen wenn er auf den tresor des mails zurück zugegriffen hat dann muss er einen guten grund dafür gehabt haben haben sie heute morgen bereits mit ihrem bruder gesprochen ich habe ihn seit gestern nacht nicht mehr gesehen eine gute nacht ruhe wird ihm sicherlich wieder auf die beine helfen ich kann mir vorstellen dass der alkohol als gute schlafhilfe gedient hat er hat es nicht nötig dass sein kleiner bruder sich ständig nach seinem wohlergehen erkundigt er war der kleine bruder stimmt ich habe irgendwie denke ich immer dass der der andere der kleine bruder war vielleicht ist es genau das was er dringend braucht ich bin mir nicht sicher was sie ihnen gestern alles erzählt hat aber er ist ein großer junge der auf sich selbst aufpassen kann detective kann ja aber nicht immer muss es ist auch mal ganz schön wenn andere mal auf einen aufpassen auch wenn man das selber kann unterschied ich fürchte dass dem nicht so ist monsieur seine zeit im krieg kam während unserer gespräche mehr als einmal dann hatte ich das bestimmt schon vermutet er redet immer noch davon ich hatte gedacht dass seine sprechstunden mit dem doktor dem ein ende gesetzt hätten ja ich fürchte so schnell geht es nicht gut dann mit blick auf die uhr würde ich aber sagen mit ihr reden wir jetzt nicht mehr in dieser folge sondern beim nächsten mal und dann auch noch in der küche mit der madame oder monsieur nicht monsieur mademoiselle das war das wort das ich gesucht habe rehina okay dann danke fürs dabei sein und ja bis zum nächsten mal die nächste folge kommt definitiv schneller als diese hier danke fürs zu sehen bis dahin ciao ciao